Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt! Auf jetzt, Felix! Mach jetzt mal! Wie bist du bereit für den nächsten Tag? Voller Spaß, voller Fun! Ohne Fun, kein Spaß! Ach, die sagen alle immer irgendwie Guten Morgen oder sie verstehen das Wort nicht. Das ist auf jeden Fall nicht Konnichiwa. Das sagt man eher am Nachmittag. Das habe ich so gut wie noch nie gehört. Arigato höre ich ständig, das passt. Aber Konnichiwa noch nie. Und ich weiß nicht, guten Morgen, guten Abend wahrscheinlich, was die da so sagen. Das wird schon Guten Morgen oder so heißen. Heute geht die Sightseeing-Tour los. Heute haben wir Bus-Flat-Ride. Können wir Runden fahren, können wir vielleicht aussteigen, können wir vielleicht nicht aussteigen. Das wissen wir noch nicht. Jetzt müssen wir wieder zum Bahnhof. An der Straße entlang, durch das wunderschöne weiß Kawaguchikos. Ich habe frisches Geld. Ich habe 50.000 Yen abgeboten. Das ist eine Menge. 330. Wir sind hier, Kawaguchikos Station. Voll wie immer. Und jetzt suchen wir nach der Green Line. Nach der grünen Linie. Das ist die Red Line. Die wollen wir nicht. Wir brauchen auch noch Tickets für morgen, um nach Otsuki zu kommen und dann weiter nach Kyoto zu fahren. Hier spricht man als erstes immer mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Und die nimmt dann schon mal die Bestellung sozusagen auf. Und man muss dann nur dieses kleine Ticket zum Ticketschalter geben. Das sorgt dafür, dass es ein bisschen schneller geht, denke ich. Er hat die dünnen und die dicken. Das macht gar keinen Sinn. Ja, irgendwie nicht. Du bist kein Lieber in dir. Nicht für dich und für irgendetwas. Ja, irgendwie nicht. Melina, spürst du schon die Sightseeing-Power? Ja, toll. I'm excited. Spürst du sie schon? Ja. Aber hier waren wir auch noch nicht. Wir fahren gerade am See vorbei. Es ist ein wundervoller, ruhiger Tag. Der See ist... ...klatt. Ich habe das Gefühl, die Melina interessiert sich nicht für die Sightseeing-Angebote hier. Hier gibt es zum Beispiel ein Forest Museum. Und da hat sie aber gar keine Lust drauf. Warum ist das so? Ich bin... wir sind hier in der Natur. Ich denke, da bin ich noch nicht drinnen. Da bin ich draußen, da bewege ich mich. Felix. Alfons Hannabin. Vielleicht ist das Forest Museum hier draußen. Oh Gott. Bus hinter uns. Melina, ich mag heute deine Stimmung nicht, muss ich sagen. Du bist mir heute ein bisschen mörig. Irgendwie die rote Linie hat mich jetzt nicht so überzeugt. Oh mein Gott. Hinter uns kommt dieser Bus. Ah. Immer noch. Nein. Das ist vorbei. Ich sag mal so, endlich mal Tourist. Was? Manfuji Rice Dumplings. Wenn nichts mehr geht, geht essen. Aber ich muss ja auf die Toilette. Wir sind hier gestartet. Trim, 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 und sind jetzt hier. Ganz ehrlich, ich halte das für genial, dieses ganze System. Guck mal, wie einfach das ist mit diesen drei Linien. Du kannst überall aussteigen. Wir hatten ja erst gedacht, dass die grüne und die blaue, dass man da irgendwie durchfährt. Aber man kann... Bei der blauen steht das aber auch so. 100 Prozent, da kann man da auch aussteigen. Weil die versorgen ja diese ganzen kleinen Touristinformationen, diese ganzen kleinen Museen, versorgen die praktisch mit Leuten. Weil sich die Leute frei bewegen können hier in der Gegend. Das ist genial. Das ist genius. Malinchen, ich würde dich bitten, aufzuhören, mich so zu beleidigen und unter Druck zu setzen. Okay? Auf jetzt. Dann gehen wir erstmal in den Soukeniershop, ja? Me, kannst du mal aufhören, alles anzuhören? Ich darf die Sachen anfassen. Bei in dem anderen Laden durftest du es nicht. Ich darf die Sachen anfassen. Wie du hier stehst, so verloren. Zwischen den ganzen anderen Leuten. Das macht mich richtig traurig, muss ich sagen. Das freut mich. Ich verstehe es irgendwie nicht. Was denn? Was das hier ist. Guck mal, guck dich mal um. Das ist schon schön. Ja, das ist schön. Das stimmt schon. Das ist wie am Chiemsee. Ja, stimmt ein bisschen. Und es ist halt auch voll. Wir gehen nochmal nach da unten und dann gehen wir wieder weg hier. Okay. Die Schmuggels hat sich in Position gebracht für ein... Für ein richtiger... So, fast ab. Jetzt kommt ein Foto. Jetzt sag ich und jetzt kommt eins. Ich will dir mal eins sagen, Schmuggels. Du bist halt selbstverliebt. Wenn man bei dir im Instagram guckt, dann bist du nur du. Du, du, du. Und immer du auf den Fotos und überall. Das muss man dir aber auch mal sagen. Was sagst du dazu? Da kann ich nur zustimmen. Weil du so hübsch bist, ne? So pretty. An guten Tagen, an schlechten Tagen nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja. Was willst du, Schmuggels? Ich will... Die Fanta. Die Fanta. Okay, einmal Fanta. I'm a little bit afraid. Was ist so kalt? Keine Ahnung. Und was willst du, ich will draufdrücken? Links oder rechts? Zero. Egal. Real Gold. Und guck mal, das hier. Was ist das hier? Es ist so krass, dass die Automaten sind in so einem guten Zustand. Die sind nicht so verranzt wie bei uns immer. So ein Wasser hätte ich gerne auch. Die Stimmung war eben fast am Kippen, oder? Wir waren eben in der Green Line. Ich habe einen kurzen Nap gemacht. Und du hast einen Hungi-Hungi. Und dir ist kalt. Es ist saukalt. Und du gehst einfach nicht aufs Klo, sondern machst dich jetzt. Ich hab mein Getränk. Oh Gott. Ich halte meine Cola Zero hier. Ja, dann hättest du sie halt vielleicht erst öffnen sollen, nachdem du auf dem Klo warst. Oh. Jetzt wird Space. Ich muss nur mal auf die Pipi-Box. Mann Felix, ich meins ernst. Mach mal. Mir ist kalt. Das ist jetzt nicht so krass mehr. Dann gib mir die scheiß Cola. Falls ihr es nicht verstanden habt, sie hat gerade gesagt, gib mir die scheiß Cola. Vorsicht der Bus. Geh jetzt. Geh. Das ist so kalt. Und das stand bis 1955, als Kühlschrank genutzt wurde für Samen. Anscheinend in den Boxen hier. Wow. Was heißt Samen? Seide. Seeds stand doch auch. Seeds. Seeds. Boah. Wie kalt ist es hier. Ist ja Wahnsinn. Genau. Hier sind die Samen. Hab ich doch nicht ganz falsch geguckt. Guck mal, das sind Haselnüsse. Siehst du? Ja. Ja. Aber mir ist richtig schön, oder? Ja. Ich bin gespannt, wie lange wir jetzt hier für brauchen. Oh, guck mal, wie schön. Ich bin ja ganz begeistert. Ich bin ja ganz begeistert. Ich bin ja ganz begeistert. Baby, wir gehen die Holz-ohm-Gott-Bretter. Auch nicht. Okay. Ich weiß, warum. Schwangere das nicht machen sollen. Mein Gadget ist mein T-Shirt, was ich mir einfach als Schal umbinde. Ich meine, ich sehe jedes Mal scheiße aus, wenn ich rausgehe, dann macht das hier auch nicht mehr so viel. Ganz ehrlich, ich liebe es, diese Videos zu schneiden, die euch hoffentlich irgendwie ein bisschen Spaß machen. Aber sie brauchen viel Zeit und dadurch auch viel Geld. Und so ein kleiner Kanal wie ich, keine Sponsoren oder irgendwas, verdient über YouTube einfach sehr wenig Geld. Deshalb habe ich gedacht, ich mache so einen kleinen Werbeblog und mache Werbung für zwei Dinge, hinter denen ich wirklich stehe. Und zwar Nummer eins ist Trackclub. Falls ihr lizenzfreie Musik braucht, weil ihr Videos schneidet oder irgendwelche anderen Inhalte für die Musik braucht, dann ist Trackclub einfach die beste Option. Ich habe schon viel ausprobiert, aber Trackclub fühlt sich irgendwie anders an, weil die Qualität der Musik einfach so hoch ist. Es gibt da Künstler und du denkst, warum sind die da, warum sind die nicht berühmt? Falls ihr sowas braucht und das interessant für euch klingt, dann geht doch über den Link in der Beschreibung. Ihr bekommt zwei Monate gratis testen statt ein Monat und ich bekomme eine kleine Provision. Und für alle, die keine lizenzfreie Musik brauchen, mein zweiter Dienst, den ich absolut liebe, Audible. Ich habe mittlerweile über 16 Tage Hördauer, habe ich gerade eben gesehen und genieße einfach auf Reisen oder auf dem Weg zur Arbeit. Auch da gibt es einen Link in der Beschreibung, falls ihr da drauf geht, gibt es für mich eine kleine Provision. Vielen Dank für die Geduld und zurück zum Video. Hey, hat man wieder gemerkt, kein Verlass auf ihn, war wieder nichts geplant. Ne, ich finde das wirklich schockierend, der Felix hat eine Route rausgelegt, wie wir nach Kyoto kommen. Nein, es ging doch nach Osaka, ich wusste gar nicht mehr, dass es nach Kyoto geht. Ist egal, aber du hast eine Route gesagt, kein Problem, dann müsstest du dreimal umsteigen. Kein Problem. Dann habe ich heute Morgen einfach nochmal schnell geguckt und merke, Herbert, worüber hast du denn gesehen, was die Jett & Rape Linien sind? Ja, ich habe einfach über Google und ich so, ja, aber hier wird mir gar nichts angezeigt. Ja, einfach nur Nonsens, ne wirklich, das ist richtig dumm gewesen. Ja, aber die Melina hat es gerettet, die hat hier die gute App runtergeladen und jetzt ist alles kein Problem, zurück nach Tokio und dann direkt nach Kyoto durch, das ist doch klasse. Gibt einen Pluspunkt wieder für die Melina, wenn nicht, wir sind, deswegen sind wir ein Team, gell? Wir sind ein Team. Und hier hast du schon mal so einen schönen Zug gesehen? Naja. Guck mal mit dem ganzen Holz. Das ist wirklich sehr edel, sehr sehr edel, hier fahren wir jetzt eine knappe Stunde mit. Ich weiß zwar nicht, was da Express sein soll, weil Express oder Local Train gibt sich nicht viel. Ich meine jetzt, jetzt stehen wir schon wieder hier im Zug. Aber nur bis Tokio. Und von Tokio nach Kyoto haben wir dann reservierte Sitze. Wie findest du das? Ich finde es halt so krass, dass das so Gang und Gebe ist. So, ja, nur Sits. Okay. So, auf so langen Strecken. Aber ja, das hat ja trotzdem alles geklappt. Ticketmaschine. Ab Tokio haben wir dann reservierte Sitzplätze. Ich glaube, dass wir ab dem nächsten Mal das besser hinkriegen. Wir sind jetzt langsam drin. Wir müssen es einfach besser planen. Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wann wollen wir von Kyoto nach Osaka. Wobei es wahrscheinlich nicht so wild ist, weil man nicht so lange fährt. Aber trotzdem. Ab jetzt klappt das. Ja. 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 Ich bin nicht klar werdet cadence auf anderen Patienten kommen Der Zugverkehr von Natsuki nach Tokio Station hat 1A geklappt. Und auch die Findung des Shinkansen, die Findung, die Findung des Shinkansen nach Kyojo hat 1A funktioniert, Am besten nie mit der Melina Zug fahren. Die stresst das, das ist wirklich Wahnsinn. Ich durfte noch nicht mal aufs Klo gehen, aber da habe ich mich durchgesetzt. Der Zug, der Zug. Der Zug hat keine Bremse, der Zug, der Zug. Die sehen voll krass aus, die Dinge, die erinnern mich an die Concorde. Melina, wir heben gleich ab. Das ist kein Flugzeug, Felix. Fühlt sich an wie ein Flugzeug. Guck mal, die haben sogar diese Dinge. Es ist ein Shinkansen und wie heißt unser Shinkansen Haruki? Kiriaki? Muss ich gucken. Das ist nicht das, was du gesagt hast. Ich muss mir das Ding später noch von vorne angucken. Wir hatten jetzt gerade keine Zeit. Hikari. Sehr gut. Wir sind ungefähr zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, zwei Stunden neununddreißig unterwegs. Zucker oder ohne Zucker? Ja. Süß, aber nicht sehr schlimm süß. Sehr lecker. Jetzt noch das andere. Ich nehme dann doch das Lemon, du kannst das hier haben. So läuft das übrigens immer hier. Ich krieg das, was nicht schmeckt. Krass, der neigt sich so. Der neigt sich in die Kurven und man guckt dann aus diesen Bullaugen raus. Und das fühlt sich ganz anders an als ICE fahren. Fällt doch breiter, man hat richtig viel Platz. Ist schon ein Topgerät. Finde ich schon super. Der Hakari. Hakiri. Ich weiß es immer noch nicht. Hikari. Hikari. Das ist total interessant. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man fährt durch ein riesen Ballungsgebiet und das ist auch so, weil es an der Küste entlang führt. Aber drum herum ist unfassbar viel Grün, also es ist unfassbar viel Natur. Das ballt sich an sehr wenig Raum, das alles. Was sagst du? Melenchen, ich sag mal hier, das ist ja richtig modern, ein richtig neues Ding. Und das war das günstigste Hotel auf der ganzen Reise, also auf der Japanreise, sagen wir mal so. Auf der ganzen Reise. Ich muss sagen, der Check-In war jetzt ein bisschen weird. Ich fand es war fast komplizierter, als wenn sie einfach normal eine Rezeption hätten. Hier, guck mal, hier hat man sein Waschbecken noch im Flürchen. Oh, guck mal hier. Das ist hier dann Shea. Shea. Oh, guck mal. Und zwei Einzelbetten, so wie wir das gern haben. Das wäre das Goal, wenn wir in so einem Bett zusammenschlafen. Oh, Goal. Ich habe gerade diese Wasserflaschen entdeckt. Design ist einfach alles. Und deswegen brauche ich Geld, weil man Design oftmals mit Geld bekommt. Schmeckt man das Design? Klares Wasser. Ich dachte, das wäre Sporkling vielleicht, weil es so leicht gezichtert hat. Kleiderschrank-Situation ist bei allen irgendwie ein bisschen schwer. Wir müssen jetzt erstmal waschen und dann geht es schon essen wahrscheinlich, oder? Wir haben jetzt, wie viel haben wir? Nachmittag? Fünf? Vier? Wir haben 20 nach vier und ich habe wirklich Hunger. Ja. Das ist ja Bier. Ich habe gerade kein Mikro, aber wenn du Alkoholiker bist, vielleicht steht jetzt auch nicht, oder? Nein, willkommen zu Iquipana. Ich denke schon. Wenn man hier rauskommt, ist das immer eine ganz andere Welt, finde ich. Du kommst von diesen kleinen Straßen auf diese großen Straßen und dann denkst du auf einmal, du bist irgendwie in New York oder in Chicago oder so. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Stadt schachbrettartig aufgebaut ist. Das war Tokio zum Beispiel nicht zu 100 Prozent. Aber hier wirken diese Straßen so lang wie in New York oder Chicago einfach, ne? Kyoto, ey, was ein erster Eindruck. Ist schon krass. Richtig schön, von dieser Masseneinkaufsstraße dann direkt nur eine Seitengasse einbiegen und schon fühlt man sich, als wäre man in einem ruhigen Städtchen. Alles sieht einfach schön aus, ästhetisch und auch irgendwie reich. Sehr viele G-Klassen. Also die G-Klassendichte ist ja sehr hoch in Japan. Generell mögen sie Porsche, Mercedes und BMW. Und ich hab sogar ein Smart gesehen. Und wir haben ein richtig lecker Essen eben. In so einem kleinen Bio-Restaurant, weil das ist geführt von so einem jungen Pärchen. Zero Waste. Die haben auch so einen Refill-Klein, so einen Refill-Store. Das Essen war aber einfach mega gut und es war mal wieder gesund. Wir haben in den letzten Tagen sehr, sehr ungesund gegessen, sehr kohlenhydratlastig, weil wir beim Italiener oft waren und so. Und das tat mal gut, dass wir heute mal wieder so ein bisschen Ballaststoffe und ... Gemäß. So trinkt, gell? Ja. Drückt durch, ja? Drückt. 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 Mach den Abzug an. Weiß ich nicht. Drückt. Mach den Abzug an. Drückt. Drückt.